Guten Morgen meine Lieben, ihr wisst ja dass ich kompletter Menschenliebhaber bin. Das bedeutet ich liebe jeden Menschen. Nicht dass ich mich mit jedem Menschen gut auseinandersetzen kann, aber ich liebe die Menschen und ich liebe auch meine Feinde. Und ich habe auch für Menschen die sehr böse und aggressiv auftreten, sehr viel Mitgefühl und spüre immer selbst online deren Leid und finde eben dadurch mit jedem Menschen irgendwo eine Basis auf der ich fühlen kann. Und jetzt möchte ich diese Basis auch für mich körperlich manifestieren. Und jeder von Euch ist eingeladen ein Teil von mir zu werden, doch bevor ich zu diesem neuen Projekt komme noch ein Hinweis an Go Out Of Fashion und andere Kommentierende denen ich scheinbar nie antworte. Wenn ihr in euren Privatsphäre Einstellungen festgelegt habt, dass nur Freunde Euch antworten können und das ist oftmals auch je nachdem wie ihr Euch registriert habt die Standardeinstellungen, dann kann niemand auf Euren Kommentar antworten. Und gerade bei Go Out Of Fashion der nun in letzter Zeit sehr häufig kommentiert hat tut mir das natürlich leid, ich würde ihm gerne antworten, aber ich kann das nicht tun. Und das passiert auch in schöner Regelmäßigkeit bei sehr vielen anderen, dass ich eben nicht auf Fragen oder Kommentaren eingehen kann, weil die Menschen in ihren Privatsphäre Einstellungen entsprechende Optionen angeklickt haben. Generell finde ich ja dass die ganzen Privatsphäre Einstellungen abgeschafft werden sollten bei Youtube, Facebook und Co. Denn sie sind soziale Medien. Viel zu häufig verstecken sich diese Menschen hinter einem anonymen Nutzernamen und einer Fassade und nutzen nicht das Internet um sich komplett anderen Menschen zu offenbaren und öffnen zu können und damit eine Verbundenheit zu kreieren. Das ist ja gerade die Chance durch das Internet diese vielfältigen sozialen Kontakte zu nützen für ein sich begegnen, für ein sich öffnen gegenüber den anderen. Aber zum Thema Offenheit habe ich ja erst vor kurzem ein Video gemacht, das findet ihr wie immer oben in den Infokarten. Also nun zu meinem Projekt, wie kann ich andere Menschen auch körperlich zu einem Teil von mir machen. Also eine Manifestation meiner menschenliebenden Grundeinstellung als neuronalen Anker in Phasen einer Entfremdung meiner Ideale generieren. Und da ich schon immer mal meine Frisur neu gestalten würde, habe ich mir gedacht ich mache mir einfach Dreadlocks. Ich werde zwar aufgrund meiner dünnen Haare und dass ich mir quasi schon 3 Viertel meines Haupthaars abrasiert habe, jetzt nicht den klassischen Dreadlock Look darstellen, aber um irgendwas Klassisches oder Gewöhnliches geht's mir ja meistens sowieso nicht. Ich werde einfach von allen Menschen denen ich begegne oder die mich kennen und die das gerne möchten, einen Teil ihrer Haare in meine Haare mit einflechten. Ihr habt zwar keine Ahnung ob das irgendwie begrenzt ist, aber ich gehe auch nicht davon aus dass ich 2 Tonnen Haare zu verarbeiten habe, sondern dass ich eben einfach immer nur mal eine Locke oder eine Strähne oder ein einzelnes Haar eines anderen Menschen in den Dread mit reinhegeln muss. So dass ich dann irgendwann Haare von hunderten Menschen auf meinem Kopf trage und dadurch die geistige Verbindung die ich ja eben mit dem Menschen ständig spüre auch körperliche Ausdrücke. Ich habe jetzt angefangen bei Freundinnen und Familie Haare zu sammeln und schon einiges zusammen und fange nun an das alles einzuhegeln bzw. habe es schon eingehegelt. Also wenn ihr auch ein Teil von meinem Körper werden wollt, dann sendet mir einfach eine Locke oder einiges Tränen von Euch und ich werde sie auf meinen Kopf mit einhegeln und Euch beim Schlafen, beim Kacken, beim Sex oder beim Essen immer mit mir haben. Ich weiß der ein oder andere, insbesondere Frauen haben da eine für mich nicht erklärliche Abneigung oder sogar einen Ekel vor Haaren, aber ich kann ja nicht den Menschen oder die Menschen lieben, aber die Haare der Menschen nicht. Ich finde das gerade spirituell durchaus ein sehr interessantes Projekt, da wie ihr ja wisst alles aus Energie besteht bzw. 99,99999% ist es so und da bekomme ich von Euch Eure Energie und übertrage diese in meine Aura und wer weiß schon was da für Effekte auf mich zukommen werden. Meine Adresse findet ihr ganz unten in der Infobox, ganz unten in der Infobox ist immer meine Adresse. Schickt dann einfach einen Brief und ein paar Haare von Euch und wenn ihr wollt könnt ihr noch Euren Namen dazu schreiben, ist aber relativ irrelevant, ich mache es einfach rein, könnt ihr mal ein paar Grußwörter oder so was auch immer auf jeden Fall, würde mich da sehr freuen wenn sich da einige beteiligen, denn umso mehr Haare auf meinem Kopf zusammenkommen, umso schöner ist das für mich. Und wenn sich jemand gerade lange Haare abschneiden will oder noch alte Dreads zu Hause rumliegen hat, dann nehme ich die natürlich auch gerne um meine Haare zu verlängern oder noch mehr Haare anderer Menschen einhegeln zu können. Weil ich habe jetzt nicht die optimalen Haare von Dreads und das wird auch keinen Modepreis gewinnen, da geht es halt wirklich ums Prinzip und von daher dass ich möglichst viele Haare auf meinen Kopf bekomme. Und das nicht weil ich irgendwie Glatze bekomme, das könnte man auch wieder denken als Mann, nein sondern wirklich das weil ich viele Menschen körperlich in mir vereinen möchte. So eine Idealvorstellung wäre eigentlich von jedem Menschen auf dieser Welt Haare zu tragen und so meine Liebe wirklich zu allen Menschen symbolischen Ausdruck zu verleihen. Das ist natürlich utopisch, aber vielleicht hilft es Euch mein Grundgefühl bei diesem Projekt in irgendeiner Weise zu verstehen. Was haltet ihr von dieser Idee und wie findet ihr den Gedanken Eure Haare auf meinem Kopf getragen zu sehen? Ich bin sehr gespannt auf Eure Kommentare und noch mehr darauf wieviel Menschen ein Teil von mir sein werden wollen und sekundär natürlich auch wie ich dann auch aussehe, aber meine fehlende Eitelkeit ist da sicher hilfreich. Also ich bin gespannt und wir sehen uns Euer Christian. Tschüss.